Hallihallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von Felix Geklobberz! So Leute, wie ihr gesehen habt, das Video heißt Böller 2015. Über was könnte das Video wohl gehen? Böller 2015, das ist ein Jugendfestival. Und seht ihr von euch selber, was das so ist. Es geht gleich weiter nach dem Intro. Ciao! So Leute, ich fahre gerade hier in einem kleinen Ort in der Steiermark herum. Ich fahre gerade mit einem neuen Penny Pass. Ciao! Halleluja! Guten Morgen! Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von Felix Geklobberz! Die beobachten ja alles so, das ist unheimlich. Ja, ich bin da gerade auf so einem lustigen Fest oder sowas. Oder Festival, das heißt Böllau Jugendtreffen. Und naja, wir sind da gerade so geschillt. Das sind so Menschen, die wollen alle meinen YouTube-Kanal sehen. Wir filmen mit Felix an der Kamera. Ich bin gebunden. Jo! Hallo, da ist der Felix! Hallo! Genau, das waren die mit 10 Lose Sassen. Hey, guck mal, haben sie einen High Five! Ich bin gebunden! Man, ich bin gebunden. Na, ich bin gebunden. Ich bin gebunden! Wack. Maik! Majan! Wack! Du bist hier! Mein Jan! Wir sind jetzt hier! So Leute, ich habe doch gerade die Domination HD neben mir und da ist ein Fettestfeier, und das ist Daniel, tschau Leute! So, das war es jetzt aber schon Leute, Entschuldigung, dass jetzt in der letzten Zeit keine Videos kamen, ich hatte wirklich keine Möglichkeit hochzuladen oder sowas, ich war jetzt wirklich die ganze Zeit nie zuhause, aber jetzt gibt es ja wieder Videos, Videos kommen jetzt wieder regelmäßig, abonniert den Kanal, vergesst nicht, ist der Daumen hoch. Hier die beiden letzten Videos und dann bis zum nächsten Mal, tschau!